Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Minimotorways. Heute machen wir mal die tägliche Herausforderung in Dubai. Das Ganze geht auch wieder um 17.04. Man sieht nämlich gerade ein paar Folgen nacheinander auf. Das grosse Geschäft. Einige Zielfarben sind immer Kreise. Loop, 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 loop. Beginnen mit 4 Kreisverkehren. Mal schauen, wie das hier so aussieht. 7.000 Punkte. So, das ist ohne tägliche Herausforderung. Dann fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich wollte schon sagen, wenn wir jetzt gar keine Brücke hätten, wäre das ein Problem gewesen. Aber haben wir zum Glück. Zum Anfang haben wir wie immer die Zeit etwas vorspulen lassen. Das ist ja auch immer etwas langweilig am Anfang, aber das kommt dann schon noch. Ich sollte sagen, wenn wir mal so random Parknites verkehren. Wenn wir mal so einfach mal so ein paar Kreisverkehren suchen. Ich sollte sagen, mal so random Parknites verkehren. Das ist ja auch sehr knapp. Ich sollte einfach mal so random Parknites verkehren. Ähm, im Kreisverkehr haben wir da halt Ampeln. Darf das vielleicht hier irgendwann mal? Keine Ahnung. Setz dich einfach mal dahin. Falls hier irgendwie noch eine Farbe kommt und hier oben, können wir hier ein Kreuz machen und die fahren dann durch den Kreisverkehr. Ist das hier? Ne, das ist gar nichts. Dann mach ich das lieber so. Setz einfach mal den Kreisverkehr hin. Und hier auch einfach mal. So, random. Zwei Kreisampeln haben wir, daher Kreisverkehr. Ist jetzt alles gechillt. Da passiert nichts grosses. Was es dich mal bräuchte, ist schon angeschlossen. Das ist gut. Hier sind vier Fahrzeuge. Also Häuser. Wir haben keine Brücke. Das heisst wir müssen jetzt hier lang. Daher ist es gut, dass ich das hier gebaut habe. Wait, jetzt passiert gerade recht viel. Das Haus. Das können wir hier anschliessen. Du musst über diese Strasse recht viele Häuser sehen. Nach hier oben kommen. Ja. Du. Du. Eine Brücke kommt gut. Eine Brücke kommt sehr gut. Dann haben wir das Problem nämlich schon gelöst mit euch. So. Problem gelöst. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Was ist da oben los? Wieso hast du keine Leute, die bei dir reinkaufen? Was läuft da falsch? Go, go, go. Da hat es einfach schon einen scheiß Timer. Was ist da oben los? Hier eine Ampel. Möglicherweise hier eine Ampel. Weil die haben jetzt schon ein Problem. Aber der Timer löst sich wieder auf. Das ist gut. Ich glaube, die könnten wir auch noch hier mit anschliessen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann könnten wir eigentlich euch wegnehmen. Aber die Strasse vielleicht doch lassen. Damit das hier weniger Chaos hat. Euch drei schliessen wir hier an. Gelb muss jetzt auch noch nach dort hin. Ich würde euch anlassen wie eine extra Strasse, die dann hier eingeht. Eine, zwei, drei, 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 viermal, bei der calculation. das ist scheisse gelegen so sieht das besser aus dann geht ihr hier nach oben du kannst dich hiermit anschliessen weil du bloß ein Fahrzeug bist ist das gut so das sieht akzeptabel aus haben die hier einen schönen Ausgang hier kommen bloß zwei Autos raus der hat ein bisschen Problem ich schließe sie einfach mal zusammen kurz mal einen Nullblick verschaffen hier unten hat es auch noch gelbe könnten wir noch hier mit einbeziehen wenn ihr einen vielleicht schnelleren Weg habt mal schauen ob die das benutzen du kannst dort bleiben ich glaube drei reichen immer für ein grosses Haus eine grosse Shopping Mall eine Autobahn das sieht doch gut aus kurz mal schauen könnten wir eigentlich alle hier rüber lotsen ne können wir nicht ne können wir nicht also doch gehts nicht lang gelb 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 könnten wir eigentlich hier irgendwie mit einbeziehen dann haben wir einen schnellen Weg nach draussen um nach hier drüben zu kommen der fährt nach hier unten ich weiss halt nicht ob das das Motiv gebraucht davon machen würde wenn ich jetzt hier hier hinten eine Autobahn setze und die hier so mit anschließend der Kreisverkehr hat dann einfach mega viele Ein- und Ausfahrt was vielleicht ein Problem ist und so sehe ich gar nicht was los ist so vielleicht bringt das was keine Ahnung werden wir sehen sieht zumindest aus als ob sie die Autobahn benutzen dann ist er ganz okay dann hat hier vielleicht weniger Verkehr drauf wie auch hier wo wir das Ganze natürlich noch besser machen könnten wenn wir hier die Autobahn hinsetzen und so gesehen einen Privatanschluss machen für die wait jetzt passiert gerade viel hier eine Ampel hin der hat jetzt ein Problem der braucht jetzt die Autobahn fast eher noch schneller das ist - - - - - - - - Ähm, hallo? Autobahn? Kann ich dich loswerden? Gar nicht. Auch gut. Dann mache ich das dazu. Keine Ahnung, was ich hier mache. Aber das scheint mir irgendwie eine bessere Lösung zu sein. Zumindest für die Autobahn. Da es eine längere Strecke ist. Sieht okay aus. Die haben hier eine komische Kurve irgendwie. Ich habe keine Straßen mehr übrig. Auch nice. Die Ampel hier ist ein Problem. Er hat hier gleich ein Kreuz und nichts. So. Sieht das glaube ich besser aus. I don't know. Eine Autobahn, das sieht gut aus. Können wir das doch machen mit dem privaten Anschluss? Die hier drüben. Dann müssen die nämlich hier gar nicht lang fahren. Dann hat es hier schon ein bisschen weniger... ...probleme. nachdem wird. Wie ist der strüb? Ich weiß. Das muss ich eigentlich hier oben stehen. Ich sehe immer nur waslos. Check ich nicht, aber gut. Muss ich wahrscheinlich gar nicht checken. Die können wir hier noch mit anschliessen. Hier ist ein bisschen Verkehrsknotenpunkt, wir haben ein Problem bereitet. Wir haben hier einen schnellen Ausgang, das ist gut. Gelb kommt hier dann mit hinzu. Rot können wir hier unten anführen, wenn wir denn genug Strassen hätten. Ich mache irgendwo Strassen ein? Let's see. Komm schon. So. Das sieht gut aus. Was machst du jetzt? Ich brauche Strassen unbedingt. Ich habe keine Strassen mehr. Das muss ich wegnehmen. Autobahnampel. Ampel haben wir hier eine. Ich nehme das. So. Dieser Verkehrsknotenpunkt ist ein bisschen ein Problem, dass ich das so richtig sehe. Da bräuchten wir fast eine Brücke irgendwie hier rüber. Jetzt kommt da noch Verweis hinzu. Das würde kein Problem darstellen, wenn wir denn genügend Strassen hätten. Die Strassen sind ein bisschen ein Problem. Ich fahre nach hier drüben. Hier müssen die bis hier unten fahren. Vielleicht bringt das ein bisschen Ruhe an die Kreuzung. Wahrscheinlich eher nicht, aber okay. Das ist so . Das ist so. Das ist so . Was ist hier oben jetzt los? Okay. Zeit mal etwas langsam laufen lassen. Das hier ist nicht gut. Wir haben echt keine Straßen. Vier Timer. Es wird nichts mehr. Okay, jetzt kommen gleich eine Strassen. 30 Strassen sind gerade wichtig. Eine Brücke wäre halt auch wichtig. Euch kann ich nicht irgendwie anders lösen. Ich könnte versuchen, Gelb hier unten lang zu lotsen. Und euch hiermit einbeziehen. Okay. Keine Ahnung, ob das was bringt. Hier oben hat es auch einen Knotenpunkt, der Probleme darstellt. Vielleicht könnt ihr ja hier noch was mit bewirken. Bei diesem zumindest. Da haben wir jetzt keine Brücke für. Das ist schlecht. Das sieht gut aus. Die macht sich auf den Weg. Der Timer hier wird auch fast gelöst. Ob das jetzt hier was bringen würde, hier noch eine Kreuzung mit einzuziehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weil ich schon wieder keine Strassen habe. Da kommen wir eh nicht hin. Also das ist vielleicht unser Tod. Ich weiß nicht. 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 gar keinen Sinn mit den gelben Autos. Kommt schon. Weg mit den Strassen bitte. Shit. Game Over. Zünnige Autos reichen diese Ziele rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 52 Tagen zusammen. 777 Pender waren diese Zeit auf den Strassen unterwegs. Ja gut. Dubai ist etwas schwierig zu lösen, wenn ich das so sehe. Dubai sieht es eigentlich gar nicht so schlimm aus. Aber hier hat es echt gestaunet. Auch hier. Deshalb kommen die gar nicht hier hin. Auch hier nicht hin. Das war jetzt so. Von denen habe ich gar nicht mehr den Blick gehabt hier unten. Naja. Okay. Das war es dann mit Dubai und der täglichen Herausforderung. Wir können uns noch kurz anschauen, wo wir hier gelandet sind in der Rangliste. Obere 20%. Platz 412. Wenn man es mit der Weltkarte vergleicht. Ja gut. Okay. Das war es dann mit Mini Waterways und Dubai. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder in einem anderen Video. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018